viel spaß beim umschauen ich würde dir empfehlen noch du musst noch klicken ja wo klick klick links klick links klick gut zur sicherheit nur zur sicherheit warte mal wo laufe ich jetzt w a s d schau dich ruhig um halt die kugel drückt ja das ist ein spaul menü das brauchst du nicht das brauchst du nicht schau dich ruhig um und wieso hat so eine doofe warte in der hand du kannst dich mit der maus du spielst du kannst aber über den tisch kann ich nicht laufen muss springen dafür leertaste wieso hängen da halbe pizzen an der wand weil das eine pizza bude ist ach so und was ist mit den typen hoch nein quatsch wo spring ich hier nix ist mit den typen die scheinen aus zu sein ach jetzt weiß ich was das ist doch in der wand kommen da wieder so komische wesen so ganz plötzlich und unerwartet kommt nicht hoffen also es ist ja nicht das original spiel somit du kannst dich mit der maus umschauen vergisst das nicht somit hoffe ich dass sowas nicht kommen da ist eine kamera ich weiß original spiel steuerst du genau diese jetzt ist kaputt auch ich die etwa noch was ist da für ein loch das hast du da selber reingemacht schau dich ruhig genau wird mehr schwindel ich bin gucken er ist halt recht schnell die türen kannst du übrigens auch machen wie denn mit e die türen nicht die mit e ja aber nicht die die türen auch nicht davor stehen und wie lautet zurück wo ist es geht jetzt muss er werden der hat keine abwarten ach so zu bach mit dem er ist die tüze er ist ein bisschen gewesen Verstehe ich nicht. Ich warte nicht. Sicher? Mhm. Autsch. Ja, das mache ich auch immer, wenn ich auf Toilette gehe. Tür gegen die Nase und damit so wieder zugeht. Also anders ja nicht. Ach so, warte mal. Ich muss ja so. So ungefähr. Uff, das war ich nicht. Falsche Tür geöffnet. Sicherst du es nicht warst? Ja. Wer war es dann? Das ist ich doch nicht. Ist ja China da. Also, du bist alleine auf dem Server. Das stimmt schon. Autsch. Das war ich auch nicht. Ich glaube, die wollen nicht gestört werden. Da ist ja noch nicht mal eine Toilette drin. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Drück mal R. damit du nicht plötzlich nichts mehr hast. Ach. Mach das schon alleine jetzt. Cool. So, da ist jetzt China mehr drin. Guck dich weiter an. Guck mal, da sind Plakate. Da hinten. Ist es keine Tür? Ich weiß es nicht. Doch, ist es. Aua. So eine sehr große Tür. Aua. Hast du es? Das ist mal. Die geht ja gar nicht auf, weil ich bin ja zu klein zu. Wenn du sie nicht aufgehst. Ja, wenn du gegen rennst, ist es durch, dass sie nicht aufgeht. Probierst du da? Ich versuche, die Tür aufzukriegen. Was ist denn da jetzt hinter? Guck doch mal rein. Okay, warte. Leider zugegangen. Tut mir leid. Guck dir mal die Plakate an. Die sehen schön aus. Ich will jetzt sehen, was hinter dieser Tür ist. Ein Klo. Ja, toll. Du bist auf der Toilette. Was erwartest du? Na, lass doch mal die Plakate in Ruhe. Wieso? Wer weiß, was da hinter ist. Eine Wand. Sieht man doch. Plakate sind tot. Und nun? Partytimer, Funtimer. Funtime. Nicht Timer. Und irgendein Essmensch. Das, der Essmensch ist übrigens, äh, soweit ich weiß, ein Huhn. Sieht aus wie eine verkappte Ente. Das ist keine Ente. Hier war ich schon mal. Aber hier ist schön bunt. Let's party. Wir sind stolz. Employee of the month. Okay. Angestellte des Monats. Straße der Besten, sagte man zu DDR-Zeiten. Die Tür ging wieder zu, ne? Ja, die hier. Ja. Eine andere. Warum geht die jetzt nicht auf? Weil du eingeschossen bist. Ist ja auch ein bisschen blöd. Hast du gerade gehostet? Mhm. Kannst du mal aufhören damit? Mhm. Mhm. Das ist aber eilig. Nee. Ich hab bloß den Knopf gefunden. Was war denn das da hinten? Weiß ich nicht. Ich kenn mich da selber nicht so aus. Kann ich mit dem Schlüssel da was anfangen? Ich weiß es nicht. Kann ich den nehmen? Wenn, dann mit E. Oh. Huch. Ach cool. Jetzt sind die Geister da in dem Raum. War das der Raum? Nee. Ich glaub, in dem Raum warst du noch nicht. Geh mal ins Telefon. Wo ist denn hier ein Telefon? Da. Okay. Hallo. Oh, äh, hey da. Du hast mich der neue Nachtwassmann. Willkommen zu deinem neuen Job hier in Freddy Fazbear's Pizza. Wir würden dich willkommen in die Kürze. Ich überlege sie gleich. Erstens müssen wir euch ein paar Sachen erzählen. Wir hier in Freddy Fazbear's Pizza haben ein paar Jahre gehabt. Ich weiß nicht, was ich gehört habe. Weil das Geld ist relativt schwer. So, wenn du dich sicher genug fühlst, wir würden uns empfehlen, wenn du die neue Power aufgerüstetest würdest. Das ist getan, indem du die Switch Backstage verwendest. Once used, wir werden die Power aufgerüstet. Die Power-Source ist sehr delicatend. Es muss sich mit Cautien benutzen. Dinge wie die Tür und Leitungen benutzen die Power aufgerüstet. Wenn die Power aufgerüstet ist, dann muss die Power aufgerüstet werden aufgerüstet werden. Die Power-Source ist verbundetend. Die Power-Source ist verbundetend. Dafür ist der Key, ok. Oh, ist das nett. Also das war dein Vorgänger, der hat jetzt gesagt, du bist die neue Nachtwache und wenn du dich ein bisschen sicher fühlst, sollst du bitte den Strom abschalten und zum Notgenerator umschalten. Genau jetzt, wie habe ich noch nicht, also ich habe es zwar gehört, aber ich kann es jetzt nicht übersetzen. Wo ist jetzt der Schlüssel, den ich gerade genommen habe? Wahrscheinlich hinter dem Schild. Dann sollst du, soweit es geht, in diesem Raum eigentlich bleiben, denn die Animatronics, die da rumstehen, die sind ein bisschen aktiver in der Nacht und sie sollten halt nicht zu dir kommen, das wäre nicht gut. Und im Hintergrund hast du gehört, wie da was gerannt ist, das war einer von denen. Nee, die fliegen doch da aber, guck mal, die fliegen doch. Die haben ja keine Füße. Ja, weil das auch nicht die Animatronics sind. Achso. Klick mal auf den Bildschirm mit E, auf den anderen, auf den Kleinen, auf den Kleinen. Das ist kein Bildschirm, das ist die Karte, der Kleine. Hat der da? Ja, ja. Okay, dann der andere. Der da? Was? Hör mal auf die Kiste. Ja. Du hast doch irgendwie die Bilder umgestellt, wie hast du das gemacht? Huch. Nein, so nicht. So ganz bestimmt nicht. Okay, schau dich einfach weiter um. Ich denke, ich soll hier drinnen bleiben. Ja, nee, aber du musst dir erstmal den Strom ausstellen. Warum? Ich fühle mich ja nicht sicher. Der hat gesagt, nur wenn ich mich sicher fühle. Ich habe übrigens den Schlüssel gefunden. Ach, da ist er ja. Hm. Ah, so. So machst du die Kamera. Du wickst auf die Abteilung auf der Karte. Den Schlüssel haben. Ja, nee, du guckst ja auf die Karte, nicht auf den Schlüssel. Wieso? Oh, ey, dieses Militär, Gewander, macht einen ja wahnsinnig. So. Jetzt gerade aus. Du bist auf der Karte. Nein. Da fehlt einer. Da waren vorhin drei. Äh. Schau mal, wo der ist. Ich denke, wir brauchen Schlüssel. Nee, brauchst du nur, wenn der Generator ausfällt. Den Schlüssel brauchst du nur, wenn der Generator ausfällt. Was? Nicht Kuh. Huch. Nicht Kuh. Hilfe. Ach, Jungs. Warum denn? Der läuft mir ja dann bestimmt hinterher. Nee, der steht ja doch noch. Ach, guck mal. Der ist aber kaum zu sehen gewesen, wa? Und wieso kann ich jetzt nicht weiterlaufen? Weil du an einem Stuhl festhängst. Nee. Doch, du hängst an einem Stuhl fest. Der Stuhl ist dir im Weg. Wieso ist eigentlich die Tür zu? Da wollte ich doch vorhin schon rein. Und dann bin ich irgendwie weggegangen. Geh doch da rein. Das sieht aus wie ein Auge. Siehst du das? Was? Na, da der Türgriff. Aber ich kann nicht rein. Nee, anscheinend nicht. Okay. Da gehört bestimmt der Schlüssel rein. Nee, ich glaube, das ist nur eine Textur für den Band. Hier hat Ina gerade geschossen. Nein, das war der Strom. Na toll. Man sieht also, das ist Hightech hier. Da kommst du her. Sieht eher aus wie... Nee, also das Originalspiel, das spielt es so weit, ich weiß, in den 60er, 70er Jahren. In Amerika. Das kannst du auch gleich sauber machen. Nicht die Tür zumachen. Hallo? Hey, schöne Bilder. Brauche ich was davon? Guck dir doch mal die Bilder an. Warum denn? Weil die schön sind. Finst. Guck mal hier der rechte. Das ist eine schwarze Kiste. Jetzt fängt das Spiel wieder an. Ah, cool. Ei, ist das herrlich. Jetzt. Was ist das? Ich weiß es nicht. Guck mal, das steht auf Kante. Das hat die Tür aufgemacht. Oder irgendwer anders. Was ist denn hier? Wenn ich hier nur eine Nachtwache bin. Hallo. Out of order. Ich auch. Ja, aber was ist das dann? Wenn du nur eine Nachtwache bist? Dann brauche ich doch aber hier nicht durch die Gegend mit einer Waffe umherrennen. Doch, denn du bist eine schlechte Nachtwache, die alles erschießt, was gar nicht lebt. Ganz einfach. Bist du sicher, dass du nicht lebt? Er steht doch da. Out of order. Aber guck mal. Das ist total cool. Weil wenn ich jetzt in mich schieße, ist da sogar ein Loch in der Wand. Was passiert denn, wenn ich da aufziehe? Die Tür geht ordentlich auf. Die kann man nicht erschießen. Du kannst hier nichts erschießen. Was soll ich dann damit? Da kannst du die Strom ausschalten. Da will ich doch aber gar nicht. Mach mal, mach mal, mach mal. Einfach nur auf Spaß. Nee, weil dann die ganzen Viecher ja anfangen zu leben. Mach, mach, bitte. Wird lustig. Bestimmt. Okay. So, buff. Und nun? Du sollst jetzt zurück in deinen Raum. Es geht ja nicht, weil hier sind ja Türen, die nicht offen sind. So. Und ihr? Wackelt ihr schon? Wo ist denn der Out of order? Der ist rechts von dir. Wie rechts? Da. Guck mal, da ist gerade was langgelaufen. Nee, das ist der Strom. Das war er übrigens, der Out of order da. Wo? Egal, geh in deinen Raum. Und die Kameras sollst du jetzt nutzen, mit E, mit E, auf die Karte gucken, auf die Karte gucken. So was wie Pirate Cove, Dining Area, das musst du anklicken immer. Was? Wer? Da, genau so was. So. Dann siehst du, ob sich da was ändert. Da ist ja jetzt alles dunkel. Ja, du siehst ja dann. Oh. Ah, guck mal. Weißt du, wo das ist? Nee. Links von dir. Anderes links. Ach, das Frauen links. Da jetzt in den Raum. Geh mal hin. Weiß wieso. Geht rechts. Hallo. Ich kann die aber nicht an. Kann man mal hin? Warum denn? Kuscheln. Ich denke ja gar nicht dran. Warum soll ich mit ihm kuscheln? Ja, guck doch mal, der ist voll lieb. Der wartet da nur auf dich. Nee, der begreift mich bestimmt gleich an. Nein, bestimmt nicht. So, was willst du jetzt von mir? Ist auch doof, oder? Der blinkt nur vor sich hin. Komm, der kann dir bestimmt nichts tun. Wenn du eine andere Waffe willst, dann drück mal auf 4. Auf die 4. Wo ist die 4? Ach, da ist die 4. Und jetzt klick. Wo soll ich klicken? 4 und links klick. Zack. So, jetzt hast du dann da. Andere. Naja, ist ja trotzdem nicht. Nö, aber die andere hat kaum noch Munition gehabt. Ach, diese 64, die da jetzt da steht? Das ist die Rest Munition, die du noch hast. Ansonsten hast du jetzt 4 Schuss noch im Magazin. Aha. Gut. Nee, das guckst du gerade an. Musst woanders hingucken. Da ist jetzt Chica. Andere Seite ist jetzt der Tünchen. Ich weiß nicht, wie sind sie hier hergekommen. Ich weiß nicht, wie sind sie hier hergekommen. Ich weiß nicht. Chica ist weg. Schüter neben mir. Nee, andere Seite, wenn dann schon. Nee, auch nicht. Chica war weg. Die ist woanders. Treffen sie sich jetzt auf der Seite. Nee, da ist nicht. Voxi sieht anders aus. Der hat jetzt irgendwas in der Hand. Nee, nee, das ist seine. Hoch, Entschuldigung. Da ist nichts. Okay, Boni ist wieder an seinem Platz. Nee, da ist nichts. Also, Chica ist jetzt in der Dininghorn. Wo ist denn Freddy? Hoch, hat er mich gerade umgebracht? Das war Foxy, du hast Foxy nicht im Auge behalten. Und deswegen bin ich jetzt als Skelett, als Skeletter Romy, Romyfeil? Nee, generell bist du jetzt ein Skelett, weil, oder du bist generell ein Skelett, weil, guck mal. Ach so, aber ich habe doch Fleischhände. Ja, aber ja, wie habe ich das gemacht damals? Weiß es nicht. Was soll das? Warum hing denn der jetzt plötzlich hinter mir? Egal, egal. Also, ich bin ein Skelett, sagst du. Ja, du bist ein Skelett. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen, weil, wenn ich dann bin, tot, ist ja eh tot. So, aber Chica ist immer noch in der Halle. Geh mal zu Chica. Kuschel die mal. Die sind traurig aus. Wenn, wenn der, dann kann der doch, was habe ich denn hier in der Hand, sag mal. Äh, etwas, das die Objekte rumwerfen kann. Chica ist nicht mehr in der Halle. Kann ich auf ihn noch. Na, guck mal, aber der hat ja die Hand jetzt nicht mehr oben. Nee, jetzt ist er gerade am Schlafen. Mhm. Wo sind denn die drei? Alle drei weg. Guck mal, rechts von dir. Ich glaube, ich habe da, da ist Freddy. Ey, Freddy. Der hat doch gar nichts gemacht. Sein bloßer Schrei war schlimm genug. Weh. Warum stehe ich jetzt schon wieder hier? Weil du hier spawnst. Chica! Verstehe ich nicht. Wenn ich doch aber auf ihn schieße und der bewegt sich nicht, warum... Mit der Waffe kannst du nicht schießen. Du kannst nur Objekte aufnehmen und wegpacken. Ah, sag mir das doch. Hab ich doch. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass ich mit irgendwelchen gar nicht auf die schießen da kann. Nee, ich bezweifle, dass du generell auf die schießen kannst. Na, was ist denn dann das ganze Sinn und Zweck des Ganzen? Eigentlich die Nacht überleben, ohne dass sie zu dir kommen. Also das ist das Originalspiel. Das ist jetzt nur eine Fan-Made-Version von dem Originalspiel. Das heißt, ich hätte eigentlich von denen weglaufen müssen. Immer. Rein theoretisch hättest du sie nicht hier in diesen Raum lassen müssen. Und das kannst du halt, indem du die Türen zumachst und so weiter und so fort. Ah. Drück einfach auf Door und dann ist die Tür zu. Wo sind die Door? Nee, links. Da. Diese Schalter. Door. Wo ist das E? Sag. Jetzt die anderen noch. Naja. Rein theoretisch. So. Das ist das Originalspiel. Mehr muss man im Originalspiel nicht machen. Man muss sieben Nächte überleben, die immer schwerer werden und man hat nur eine bestimmte Anzahl an Strom oder so. Strom wird halt verbraucht durch die Kamera, durch die Türen, durch Lichter und so ein Zeug. So. Das hier ist Scary's Mod. Da werden einfach nur random, also zufällig Sachen erstellt. Da hat sich irgendjemand überlegt, ey, ich fand das Originalspiel lustig. Also packe ich das hier mal rein. Da versucht, ihn an der Tür zu klopfen. Ja? Mhm. Wo siehst du denn das? Das habe ich gehört. Guck mal da. Hallo. Der hat sich einen, ach nee, ich dachte, der hat sich einen Kopf geklaut. Mhm. So. Und das ist halt jetzt einfach nur sozusagen ein Spiel ins andere importiert. Aha. Mehr ist es nicht. Hm. Und da gehen Kinder Geburtstag feiern, sagst du, ja? Äh, ja, das ist ein Pizzeria-Gedöns. Aha. Warum ist denn der Schlüssel... Ups. Das heißt die Physik-Gun. So nennt sich die. Aha. Damit kannst du halt Dinge zusammenbauen. Will ich ja gar nicht. Was ist denn mit dem Schlüssel? Ja, den bräuchtest du höchstens, wenn der Generator aushält. Und das tut er nicht. Aber im Prinzip war es die ganze Map. Das ist die gesamte Map jetzt gewesen. Ach so. Na gut, dann habe ich einmal jetzt einen Schreck gekriegt. Hattest du? Na, einmal gut. Beim ersten. Ja, aber nur einen ganz kleinen. Huch. Okay, warte. Vorsicht, frisch gebügelt. Ach nee, je wohnert. Guck mal, und du mit STRG kannst du dich ducken. Muss ich das tun? Muss ich da einfach rin? Ich habe mir die Maps auch noch nicht angeschaut. Ich weiß es nicht. Mit was? STRG. STRG. Nein. STRG ist Steuerung. Da unten. Ach, dieses. STRG. Da ist nichts. Da muss man nur WSD nutzen, um weiterzulaufen. Das heißt, du musst es kombinieren so. Ich denke ja nie dran. Da brich ich mir ja die Flossenbein. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wirklich nicht, nein. Schade, das ist hinsch zu essen auf dem Tisch, Dieter. Guck mal, da ist ein Teddy. Mit riesigen Augen. Kann ich ihn einfrieren? Du kannst ihn hochnehmen. Du kannst, warte kurz. Gib dir mal eine andere Bewegungswaffe. Warte. Also es ist keine Waffe, aber... Das ist ein Zanger. Wer wird hier gern? Ups, das war das Falsche. Äh. Okay, doch, du brauchst die. Dann nimmst du so und... Ja, und dann? Dann kannst du ihn mit dir rumtragen, wenn du willst. Aber ich muss nicht, oder? Der ist voll süß. Kann ich da auch drüber laufen und drauf drehen? Der arme Teddy. Also ich will kein Teddy sein bei dir. Bezweifel, dass du irgendwas anderes sein willst bei mir. Auf jeden Fall kein Teddy. Guck mal, da sind Bilder von Kindern gemalt. Hinter dir. Hinter dir an der Wand. Hinter dir immer noch. Immer noch da. Na toll. Sind das für gestörte Kinder? Was? Warum? Warum gestörte Kinder? Naja, jetzt sind doch keine ordentlichen Bilder. Ja, hör mal. Aber die waren vielleicht... Drei. Oder so. Man muss auch E drücken. Ach so. E, nicht drei. Guck mal, da ist eine Kamera. Guck mal, da kann man noch um die Ecke gehen, wa? Ja, das war das, wo du runter musst. Ach so, das, was ich ja nicht machen will, weil ich mir ja sonst die Finger breche. Teddy, einmal überlaufen. Nein. Zack. Wie kannst du nur... Sind das hier auch Türen? Wie kannst du nur einen Teddy überlaufen? Ist doch ohne Tür. Ja, nee, aber die ist nur zur Dekoration. Toll. Oh, Luftballons. Was zur Hölle ist da hinten? So, das ist gesehen. Ich weiß nicht, kommt es nicht hin. Nein, das sieht ja auch ein bisschen gescheuert aus. Geh hin. Was ist das? Ja, es sei doch hier störte Kinder. Mal Geburtstagsgeschenk auf. Ob das Geburtstagsgeschenk auch machen kannst? Nee, oder? Oh. Ist nicht für dich. Kann ich dich hier kaputt machen? Nee. Nicht mit einer Physik gern. Ich glaube generell auch mit keiner Waffe. Du, du hast daneben gezählt. Du ziehst daneben. Lass doch mal die armen Kinder. Hey, sehen die bescheuert aus? Das schöne Geschenk. Vielleicht kann man das ja so, damit es dann kaputt ist und man kann reingucken. Ich glaube, da ist nichts mehr viel zu sehen. Nee, ich sehe auch nichts. Und wieso habe ich Blut an den Händen? Weil wir eigentlich gar keine Haut mehr haben und wir uns das... Achso, nur überlegen. Ja. Jetzt hat es draußen auch geknallt. Natürlich. Ach Gott, hier schon wieder. Oh Gott, schon wieder das Klo. Da wird nichts sein. Ich bezweifle, dass noch irgendwelche Besucher da sind. Meinst du? Neue Plakate. Nee, von da kommst du. Von da kommst du. Von hier kommst du. Hier warst du schon. Links. Links. Andere links. Da lang. Dann sag doch rechts. Und da. Nein, das ist das Klo. Da war ich doch gerade eben. Ich habe doch da die Tür gerade kaputt gemacht. Jetzt links. Genau. Da ist ein anderes Klo. Bist du gerade. Da. Du bist gerade in einem anderen Klo. Ja und? Ist doch das gleiche Klo. Nee. Also ich meine, das ist auch eins. Ja, auch eins. Aber anscheinend ist Männerklo. Hm. Na toll. Na ganz ehrlich, da würde ich nicht drauf gehen. So verrostet wie es ist. Irgendwie. Nee, danke. Du sollst die Tür nicht kaputt machen. Mein Radio. Du hast was gegen Radios, oder? Hätte ich das noch gebraucht? Ich weiß es nicht. Parts and Service. Was ist hier wohl? Oh, das ist der Raum, wo... Wow. Vielleicht kannst du ja Minigame spielen. Ist das ein Automat? Hey, lässt du bitte die Chica-Puppe in Ruhe? Guck mal, der hüpft noch. Vielleicht kannst du ja wieder was spielen. Oh nee, warte, was steht da dran? Listen, Frank, I don't care if you brother made the damn game. Hm, geht nicht zu reparieren. Nein, 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 nein. Da steht, ähm, hör zu Frank, ich... Es interessiert mich nicht, dass dein Bruder dieses Spiel gemacht hat. Es ist nicht für Kinder zulässig. Genau. Oder geeignet. Die kannst du nicht kaputt machen. Die ist nicht kindergeeignet. Also kannst du sie nicht kaputt machen. Yes. Da steht, ähm, bitte pack kein Part deines Körpers in den Mund eines Animatronics. Aha. Da warst du gerade. Das ist das Klo. Das andere ist auch das Klo. Und von da kommst du. Und von da kommst du auch. Das heißt, nein, 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 nein. Da lang. Genau. Ja, nee, aber es ist ja nicht eingestellt, dass irgendwie was passieren sollte. Naja, wird schon passieren, sonst, umsonst lässt du mich ja hier nicht laufen. Wie gesagt, ich kenne die Maps selber nicht. Das glaub ich dir ja nicht. Die Tür geht nicht auf. Ich hab heute erst alle Komponenten für die Maps mir besorgt. Das war's. Ja, ja, erzähl's da. Geht nicht auf. Na, guck dir ne andere an. Ich glaube nicht, dass du ein Schloss so aufmachen kannst. Aber ich kann vielleicht durchgucken. Nein. Es ist ein heißes Lachen. Die nicht ins Licht. Die hier bestimmt auch. E-Must nicht. Der da will ich jemanden nicht drin haben. Kann ich verstehen. Ja, ich bin. Oh, da kann man. hat du hast ein Meister gefunden das können wir nicht mehr schade aber wenn ich die Fieger ja sowieso nicht ich kann ich von mir gemacht in der Hand das ist sich ausgeprägt okay das ist doch mal die Arme Klüschtiere in Ruhe die sind süß und haben nichts getan also lass sie doch mal guck mal da hatte Bilder von Kindern von gestörten Kindern ich glaube nicht nur die Kinder gestört gerade hast du es dann nicht dass sie an der Decke hängen genau die kommt wie das Spiderschwein von der Decke wie ist es ich bezweifle es aber schöne Farben sich bezweifle das überhaupt welche existieren sie kann ich denn ich über diesen Tisch weil du nicht auf den Tisch gehört du hast immer noch ein Raum die mit dir nicht angeschaut hast wo ist denn hier da noch mehr Bilder die ist auch hässlich aus bitte keine Fotos guck dir nochmal die Bilder an die sehen so interessant aus so gucken wir es mal an furchtbar die haben echt einen Knall draußen hängen noch mehr Bilder und zwar wenn du jetzt raus gehst und dann rechts gleich an der Wand muss ich mir die angucken ich weiß nicht ich finde es interessant naja gut lachende Geister geht ja auch so wo muss ich jetzt hin das war es du hast dir die gesamte Map angeschaut und dein Resultat zu beiden ja es könnte ein bisschen mehr passieren naja beim ersten ist ja was passiert naja aber doll war nicht was denn nee da jetzt klick so was ist das denn der hat zu viel gemacht Schluss ach so sehe ich aus ich habe aber einen schlanken Fuß oder du bist generell sehr sehr schlank aber du hast keine Hände ne wie wo sind die ich hatte dir gerade weggesprengt Quatsch doch aber guck mal ich lache noch dabei siehst du das warte ich habe eine Idee willst du was kaputt machen ja ja ok warte darf ich dich kaputt machen nein aber ich habe einen schlanken Fuß wie gesagt du bist generell sehr schlank da wie willst du das kaputt machen ist mir wurscht mach jetzt nein nein der lädt ich frage nur schon damit ich was vorbereiten kann traurig ist es kommt das war schwer nee das geht nicht dieses hochjagen willst du kaputt schießen ich möchte schon zielen oder willst du mit einer nuklein ach nein kaputt machen weil und nichts antikes kaputt machen doch du hast diesen gesamten du willst zielen wie willst du zielen oh ich habe ne Idee ich weiß nicht irgendwelche Disney Figuren ich habe ne Idee ich habe ne Idee ich habe ne Idee Vater wo ist es das das kalt schneit ich suche gerade was sehr interessant ist sie sind keine Disney Figuren drücken ab du hast gedrückt heißen wie ich die Städte ist ja herrlich okay die Gäste das gesamte Geräude kaputt machen oder du nützt dieses Termine und er probier einfach mal wird lustig du musst nur auf die Klinik bei dem Terminal sehr cool wieso geht denn das nicht kaputt nee nee weil du da nur E drücken darfst achso da bei dem Terminal drück mal okay was was ist das was machst du da ich schieb mich du schaltest um ja auch was denn ich weiß es nicht ich habe es noch nie gemacht ich habe nur das erste immer gemacht okay jetzt mach das mal drück mal hier auf den roten Knopf drück mal auf klick ach nee gegen mich was ist das UFO du musst zurück ich geh dir nicht zurück nee doch du musst auf die andere Seite klicken okay wie machst du das achso geh mal einen Schritt zurück ein Schritt nur ein Schritt jetzt nur auf die nur auf die Konsole klicken okay du hast es jetzt gerufen komm mal an der andere Seite komm mal an der andere Seite guck mal an der andere Seite er wird dagegen nicht ankommen ich weiß nicht was er macht ich sollte das kaputt machen jetzt macht er das für mich siehst du das war doch was clever oder ich weiß nicht aber ich habe gehört die sollen nicht so gesund sein das kannst du übrigens auch oh zu spät schade aber auch weil die Hälfte stehen aber noch und die sind doch aber sind Antik-Sachen total gerne machen jetzt sind noch mehr Musik machen doch bestimmt meistens noch andere Sachen was kaputt gemacht wieso da hat sie kaputt gemacht wo ist er denn jetzt erst weg warum gegangen auch mal nur er wollte nicht mehr ob der funktioniert ja das funktioniert schlanken Fuß und der hat immer noch keinen hin okay das probieren wir jetzt mal aus so er nennt sich der Zugwerfer du hast den Zug geworfen du wurdest vom Zug erschlagen der jetzt gar nicht du hast den Zug geworfen okay nächstes aha jetzt hast du ihn wieder ausgewählt die Malte an die Liste auf nein genau 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 jetzt runter und jetzt sucht er ins Haus irgendwas ist das erste das erste das erste das erste also du musst jetzt muss es bauen stimmt klick jetzt noch mal aufs erste das Spiel einfach mal in die Gegend gedrückt halten natürlich guck mal da liegt was es liegt auf dem Boden du kriegst Schaden das musst du normal machen jetzt drückt dann jetzt Kuh Kuh gedrückt halten Kuh 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 gedrückt halten und jetzt nochmal drauf und jetzt in die Ferne und jetzt in die Ferne zwei jetzt kannst du zum Beispiel die zweite ausprobieren mit rechtsklick kannst du aufhören damit rechtsklick vielleicht will ich aber gar nicht kannst du die andere nicht sehen wenn wir deine Reaktion zu 1 2 sehen zum Beispiel rechtsklick ok dann will ich deine Reaktion nochmal wir haben ja jetzt gleich Weihnachten ne achso ja wir haben ja gleich Weihnachten Pfoten weg das ist eine Weihnachtsmusik soll es dastehen aha guck mal gleich ist alles weg geh mal da wird auch immer gleich aufgeräumt wa das wär ja geil wenn wir nicht im richtigen Leben auch so wär ja wir schießen es kaputt und dann ist es wieder aufgeräumt ja ich wüsste ja wo ich spontan was reinschießen würde in dein Zimmer geh mal auf Oktoberfest wo ist er denn daneben hoch das da ist ja ist ja nichts mehr übrig das ist kaputt gemacht muss nur nochmal machen hey Kuh und Oktoberfest und dann gehe ich aber her braucht es mal nicht auf den Boden zielen nicht auf den Boden zielen was war denn das? schneit wieso das hier will nicht obwohl das kein Kopf mehr hat hat das überhaupt einen Kopf? das ist ein Pferd ja naja aber guck mal was ist denn das da oben dran das ist doch kein Kopf das ist doch kein Kopf doch gucke so ist es jetzt ein Kopf doch von der Seite her ja aber von vorne sieht das ja nicht hallo so tschüss bye bye auf wiedersehen muskin 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 was das